2. Pokalrunde aus Hamburg, Ostdorf zu Gast bei Haid Graben. Das bedeutet Bezirksliga gegen Oberliga. Die Gastgeber konnten sich in der ersten Runde bei Waldenau durchsetzen mit 8 zu 4 nach Verlängerung. Ostdorf hat es ganz souverän gemacht, 10 zu 0 Sieg beim Tuss Holstein. Die Gastgeber in den grün-schwarzen Trikots, der Tuss in schwarz und rot. Erste Möglichkeit, Toni Rohrbach. Da war er etwas überrascht. Schöne Vorarbeit von Hindayé, aber da wird er aus kurzer Distanz eher angeschossen. Nächste Szene wieder Hindayé, dringt in den Strafraum ein. Da wird das Bein stehen gelassen von Fabian Döll. Klare Geschichte, 11 Meter. Und es tritt an Felix Schlumbum und der zielt zu genau an den Pfosten. Nämlich Glück für Leon John Sorgenfrei, der da nicht eingreifen muss. Er hatte allerdings die richtige Ecke. Und nach einer guten Viertelstunde war es dann soweit. Wieder Toni Rohrbach über die rechte Seite in die Mitte gelegt. Und dann netzt Tim Jobmann ein. Der Verteidiger, der 25-Jährige seit 2016 im Verein trifft zur Führung für die Gäste aus Ostdorf. Gut gespielt, den trifft er gar nicht richtig, aber der Ball ist im Tor. Leon John Sorgenfrei hat da wenig Abwehrmöglichkeiten. Der Favorit führt und das gab mächtig Rückenwind. Nach gut 35 Minuten Daniel Tönges, Neuzugang vom SC Nienstedden aus der Landesliga Harmonia. Der Triff für Ostdorf, toller Fernschuss aus gut 20 Metern. Einfach mal drauf gehalten. Und wieder Leon John Sorgenfrei ohne Abwehrmöglichkeit. Hälfte 2 begann, wie Durchgang 1 aufhörte. Mit Ostdorfer Offensivfußball. Toni Rohrbach prüft wieder Leon John Sorgenfrei, der eigentlich nur die Nummer 2 ist. Heute zeigt er eine richtig gute Leistung. In Durchgang 2 konnte Heidkram das Spiel wesentlich ausgeglichener gestalten. Hier eine gute Möglichkeit über die linke Seite, die man allerdings vergab. Ostdorf weiterhin mit Toni Rohrbach Aktivposten in der Offensive. Das ist wieder klasse gespielt in den Lauf für Toni Rohrbach. Und der vergibt gegen Leon John Sorgenfrei, der da einfach nur die Fäuste hochreißen muss. Ostdorf nutzte seine Möglichkeiten nicht. Und hinten waren sie plötzlich offen. Toller Doppelpass in die Mitte gelegt. Und dann Nils Schwarz mit der Riesenmöglichkeit zum Anschlusstreffer. Er vergibt für Heidkram. Das wäre die große Möglichkeit gewesen, das Spiel nochmal spannend zu gestalten. Anschließend der Schlusspick. Heidkram unterliegt dem Tuss Ostdorf mit 0 zu 2. Wir hören jetzt den Trainer, der Gastgeber. Natürlich bin ich stolz darauf, was die Jungs abgeliefert haben. Man sagt natürlich, hätte man drei, vier andere Jungs mehr im Kader mitgehabt, wäre vielleicht noch mit drin gewesen. Von da ist das auch ein bisschen schade. Wir können uns natürlich nichts dafür kaufen für die Leistung. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, Ostdorf über 90 Minuten gut Parole gebieten. Und die mussten alles abliefern, um uns zu besiegen. Für den Tuss Ostdorf geht es bereits am Freitag weiter in der Liga zu Hause gegen BU. Heidkram spielt auswärts beim SC Pinneberg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.